Servus! Hey! Servus! 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 Was ist denn da? Servus! Servus! Was ist denn da? Ich hab mir gedacht, wegen dem Betonil, da machen wir draußen ein paar Brellen und schauen wir so zusammen und dann Beton rein, geht schon! Na ja, geil, ein Lobby-Körper! Ja, genau! Jetzt haben wir eh schon welche gemacht, aber sie sind zu klein! Ja, das ist eine Chance! Da gibt es nichts anfangen damit! Aber höhere! Und länger, vor allem länger! Länger auch! Ja, genau! Wo haben wir schon jetzt auch dafür, siehst du? Na ja, weiß nicht! Dann starten wir gleich, oder? Hab ich schon gesagt! Hast du Zeit? Die nächsten drei Wochen? Gehen wir! Mach ruhig! Passt! So, haben wir schon! 10 Minuten, sag ich? Ja! Schauen wir uns mal! Tschüss! Kür zufeste. jo! Ey, y'all! 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 Vielen Dank.